So Leute, ein neuer Modus fängt an und zwar Survival, also der Überlebenskampf in der Gas Station, also im Endeffekt... Mach mal die rein. Oh. Danke. Also im Endeffekt an der Tankstelle. Wie gesagt, Gas Station, das dürft ihr wohl... Was zur Hölle? What? Warum fange ich mir so eine Waffe an? Ah, hier ist es noch Zeit, wie lange wir überleben. Ja, ja. Kann ich hier auch wieder festmachen? Ah, perfekt. Das gefällt mir gar nicht. Zwei Minuten musst du überleben für Erfolg, ne? Jo. Schaff mir doch. Hier gibt's gar kein Level-Up, ne? Ähm. Ich hab's, ja. Was? Ja, was glaubst du wohl? Ach, die Waffe. Aber ohne Level-Up ist das echt blöd, weil ich die Nachladegeschwindigkeit und die Magazingröße nicht ändern kann. Der ist ja vielleicht gar nicht mal ganz so effektiv. Ich hab jetzt auch so ne ähnliche Waffe. Ne Nail-Werfer hast du. Die ist auch ganz stark. Joa, die hab ich auch schon, der ist öfteren benutzt. Oh oh. Ah, ich hab schon Schaden gekriegt. Äh, Heilung droppen dir anscheinend auch nicht, ne? Hast du schon Schaden bekommen? Ja. Okay. Presslufthammer. Muss nicht mal lang durchhalten, wenn du schiefst, mensch. Boah, von hinten. Boah, beide weggenietet. Oh mein Gott, sie kommen. Sie kamen von mir wieder. Boah, ich hab nicht mehr viel AP. Ich auch nicht mehr. Ich hab weniger als du. Survivor hab ich jetzt auch. Wow. Alter. Fuck it, fuck it, fuck it. Boah, still alive, bitches. Na, nix da. Ich hab noch sechs, Alter. Zwölf. Fünf nur noch. Hi. Oh, wo lang? Äh, da wo gerade keine Zombies sind. Hätt ich nicht gedacht. Oh, oh, oh. Ich hab den Weg frei nach Uppballern. Ein AP, Alter. Ich seh's grad. Nein. Heil mich. Ja, Heil mich, bist du lustig? Alter. Nein. Sechs AP nur noch. Der hat doch einen Fettsack neben mir, Alter. Warte, 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 warte. Und. Nein. Ich will die von hinten kommen. Alter. Heil mich doch mal, du Idiot. Fick ich. Du hast noch einen AP. Das ist Skill, Junge. Das ist Skill. Gleich kommt einer mit so einem Krippchen im Schlag. Du lebst. Curry rettet den Tag. Nein, 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 nein. Soll ich nochmal wieder umkippen? Ich glaub nicht, dass ich das nochmal schaffen kann mit einer AP. Geht weg, geht weg. Nein, nein, nein. Ich hab die Waffe jetzt. Ja, freu dich. Ich hab so Probleme mit meinem Leben. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Puh. Boah. Nein, 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 nein. Weg mit euch. Weg mit dir. Da ist was Explosives. Arschloch. Oh. Jetzt hat der Typ wieder nur 6 AP, Alter, ey. Ich wurde umzingelt. Ähm. Äh, ja, Problem. Oh ja. Wie der Zombie mich nicht geordnet. Und hier durch. Und hier durch. Nein, sie haben mich. So, also? Rechts, rechts unten. Ist das rechts unten? Na, da liegt der Press. Ja, ein bisschen über dir. Da liegt der Presslufthaber. Wow. Roll dich genau gegen den Zombie. Nein. Nein. Ich will jetzt schon springen. Ja, ich würde sagen, machen wir jetzt noch mindestens eine Runde, oder? Ja, eine Runde noch. Wenn die Dinger so... Kurze, dann machen wir jetzt zwei Runden. Ich bin dann am überlegen, vielleicht mal einen anderen zu nehmen. Warte mal. Ähm. Ja, gut. Bringt einem nichts. Mehr Reichweite. Mehr AP-Bahn. Mal wieder auferstehen. Ach, ich bleib bei Schafschlitz'n Scheiß drauf. Ich hab ne Sonderfähigkeit. Steht auch noch da. Ja. Ich weiß aber nicht, wie man es einsetzt. Also Leute, wir machen jetzt hier extra noch mal ne Runde, weil die jetzt so kurz war. Ja. 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 Geil. Alter. Ich glaube, es ist Kacke. Die ist besser. Prinnt, ihr Schweine. Mal gucken, ob wir diesmal fünf Minuten schaffen. Hab's. Ich müsste kurz was machen. Woher, danke? Das ist ne gute Frage. Ja, was? Ah, scheiße. Ich brauch's, wir sind ja schon genau aufgenommen, anscheinend. Ach, du bist ja schon wieder, ey, du bist ja überall. Ich glaub, im Kreis die ganze Zeit. Ach, doch, boom. Nein, 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 nein. Ach. Nein! Ich liege. Unten in der Mitte. Ich hab's da so mit Nachkopf ab nicht geklappt. 8 HP. Boom! 2 HP. Nein! Ich guck... 0 HP! 0 HP! Ey, meine steht sogar noch. Na gut, war diesmal schlechter. Ich wollte ein bisschen auf Nahkampf gehen. Ich wollte die Nahkampfwaffe aufsammeln. Hab's aber partout nicht geschafft. Egal. Das war's mit dieser Map. Wir sehen uns dann bei der nächsten. Bis dahin. Ciao. Ciao.